Das ist genau das, was ich in diesem Leben für mich gesucht habe. Also in diesem Moment habe ich nicht zweifeln können. Ich habe auch schon Zeichen wie wahrgenommen, dass es das wirklich gibt. Also Sie mussten es mir schon ein paar Mal sagen, dass es wirklich so ist. Es ist ja jedes Mal ein Tod eigentlich, denn sie stirbt. Es ist schon auch speziell, was du da jetzt da mitmachst. Wie herausfordernd und großartig das ist, was sie tut. Sie ist sehr wahrhaftig in ihrem ganzen Wesen. Und man spürt es auch immer mehr im Leben, dass man wie geführt wird. Das ist einfach erstaunlich, da sieht sie mal aus wie 18 und dann wieder wie 60. Das sind Welten. Sie gibt mir wie neue Ansichten, wie ich das auch noch anschauen kann. Und das dann mit ihr so zu erleben, wie sie das macht, das war ganz speziell. Ja, das ist ganz eindrücklich. Ein weiser Mensch, das ist das, was man von ihr dann jetzt auch wirklich, was ich so sehe oder erlebe. Sie liebt die Menschen, sie liebt das Leben und sie liebt Gott.